Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei Audi in unserem House of Progress. Let's talk about progress. Für mich bedeutet Vorsprung, dass wir alles dafür tun, dass wir wirksame Ergebnisse für Mensch und Umwelt erwirken können. Das heißt Nachhaltigkeit, ganzheitlich denken, insamt der gesamten Wertschöpfungskette. Für die Herstellung von einem Automobil braucht man sehr viel Energie und die Produkte, die hier stehen, sind CO2-neutral in der Bilanz hergestellt. Schon jetzt. Wichtig ist ja, dass wenn wir Ressourcen einsetzen, dass wir das effizient und effektiv machen und uns auch als Unternehmen engagieren, Recyclingkreisläufe zu schließen, dort wo es sinnvoll ist und einfach sicherstellen, dass hochwertige Ressourcen in einem Kreislauf bleiben. Ich bin ja für die Nachhaltigkeit in der Lieferkette verantwortlich und da haben wir wirklich so ein paar Themen, wo wir denken, da haben wir Meilensteine erreicht, die auch in der Industrie eine Strahlkraft haben. Mit dem Kufi e-tron haben wir über 100 PET-Flaschen eben im Recycling verbaut, in verschiedensten Teilen angefangen von der Radlaufschale auch bis hin zu Zierleisten im Innenraum und auch zum Sitzbezug. Das ist was ich in Audi. Das ist was ich in Audi. Das ist was ich, you know, wenn du beginnst, du beginnst und du nie stopnst. Wir sind alle auf die Gefahr der Klimawandel und die Zeit für Aktion, of course, ist immediate. Ich würde nicht hier stehen und hier arbeiten mit Audi, wenn ich nicht grundsätzlich glaubte, dass diese Firma ein Markets-Leader ist in dieser Transformation zu Zero Emission. Es war großartig zu hören, gentlemen. Ich hoffe, dass ihr diese Verhältnisse auch diese Verhältnisse gegeben habt. So, therefore, once again, thank you very much und enjoy the House of Progress.